Hallo zusammen, liebe Fangemeinde vom Aqualon Bad Säckingen. Hier bin ich wieder mit einem kleinen Stabi-Programm. Ohne Hilfsmittel, sondern nur mit dem Körper, mit eurem eigenen Gewicht. Und circa 15 Minuten könnt ihr überall, jederzeit durchführen und hauptsächlich Core-Training, Stabi-Training für euren Body-Aufmuskeln, Rückenmuskeln, Arme und Beine sind natürlich auch ein bisschen dabei. Also lange Rede, kurzer Sinn, beginnen wir. Wir setzen uns auf den Boden und beginnen mit leichten Crunches aufwärmen. Hände am Hinterkopf, auch lange nicht schleifen oder nach vorne. So, wie ist es für euch. Letzten gehen und einfach mal Baupustrelatur anspannen, Füße bleiben am Boden. BeideHAN Strecke das rechte Bein, hochziehen, strengen, das linke Bein. Und nochmal abstecken, nochmal kleinere, und lösen, kurz ausstecken. Nächste Übung, wir bleiben beim Bauch, in die Beine, nach vorne, oben, Hände, rechts und links vom Körper. Und ziehen die Knie, die Nasenspitze, strecken die Beine, Kopf ist nach oben. Und abheben, stellen die Beine auf, legen die Hände, rechts und links vom Gesäß. Nehmen das Gesäß nach oben, so hoch wie es geht. Schulterblätter kommt ein bisschen gespannt, die Hüfte nach oben gedrückt, Rückenmuskulatur angespannt. Und wir strecken das rechte Bein, hoch, zurück und das linke Bein hoch, zurück. Halten die Hüfte oben. Und immer wieder nachvollziehen, die Hüfte nach oben bringen. Und wir halten die Position, strecken das Bein aus, tippen die Ferse an. Einmal rechts, einmal rechts, einmal rechts. Tief, ein, ausatmen. Und langsam die Hüfte wieder abstecken. Und dann, die Knie zur Brust ziehen. Die Nasenspitze durch die Knie. Tief in den Bauch ein und ausatmen. Die Rücken, die Rücken, die Rücken, die Rücken, die Rücken, die Rücken, die Rücken auseinanderziehen. Und setzend auf. Stütze zurück, links. Drehen die Beine, Rücken nach oben. Zählen sie gleich die Beine an. 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 Tief, ein, ausatmen. Zählen sie gleich die Beine an. Da manchmal rechts auf dem Schritt dabei. und bei den Beinen. Die Beine. Zwei drei drei drei. Und den Weg. Fremden so ganz schön. Ja, das ist ganz gut. Dann des Ganzen. Locker. Wir rollen uns nach vorne, streichen die Beine und spannen die Bauchmuskulatur. Und die letzte Übung, komplett links. Wir beginnen mit der Einwaffen-Passion, unter Arme, Beine gestreckt, Gesäß und König Nacken, eine Flucht, die Beine und halten. Wir beginnen mit der Einwaffen-Passion. 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 Und das Gesäß unten. Wir beginnen mit der Einwaffen-Passion. Let's absetze in the end. Ausatmen. Auf den rechten Unterarm. Und den Körper nach rechts treten. Auf den Rechten. Die Rechten. Die Rechten. Das ist schön. Zweier, 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 und wechseln, andere Seite. Die Kalken, die Kalken, die Kalken. Die Kalken, die Kalken, die Kalken. So, die Fersen auf den Boden zu bringen. So, die Kalken. Kalken, lecken Beine, eine Flucht. Heben das linke Bein ab. Heben den rechten Arm. Strecken den Arm nach vorne. Und zurück. Stell das zweite Bein wieder ab. Drehen uns zur Seite. Strecken den Arm. Gehen uns wieder nach rechts. In das linke Bein nach oben. Strecken den Arm. Und zurück. Unterhalten noch mal kurz. Und lösen. Wechseln ab. Die andere Seite. Spannung aufbauen. Legen die Arm ab. Heben. Lechten Bein nach oben. Arme strecken. Zurück. Bein nach unten. Aufstecken. Bein. Laute. Das war gruselig. Ausschütteln und ausatmen. Nimm die Beine auf. Okay, ein bisschen locker nach unten. Und das Becken nach hinten. Und genau, langsam. Mit der Lege noch so gut. Und ganz aus. Tiefen den Bauch ein und ausatmen. Und riechen uns langsam. Riechen die Beine auf. Schütteln wir uns nochmal. Dünne Beiche aus. Schütteln die Beine aus. Und ich danke euch für's Mitmachen. 15 Minuten intensives Chord-Training. Nutzt es, macht es. Und bis zum nächsten Mal. Mit lieben grüßen. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.